Ja moin, einmal von mir hing. Ja, ein kleines Review oder eine Zusammenfassung zu den Kinder-Walki-Talkis. In dem Set sind insgesamt drei Stück dabei. Hier soll jetzt erstmal eins reichen, um das Ganze einmal vorzustellen. Das Ganze kommt leider ohne Batterien, das sind vier Stück nötig, die kommen hinten rein. Und dann kann man das allerdings auch schnell benutzen und ist relativ intuitiv. Hier haben wir unseren Einschalter, Fabius Display, wir sehen das auch schon hier. Hier oben können wir dann einstellen, auf welcher Sequenz wir senden und die Lautstärke anpassen. Wir können einen Ton abgeben, in dem Sinn. Und wir können dann hier, wie gesagt, auch durchschalten und dann entsprechend raus machen, auf welchem Kanal wir das Ganze machen. Und zusätzlich haben wir noch diese kleine Lampenfunktion. Und das kommt ganz gut an bei den Kids. Weil dadurch können Sie dann, wenn Sie Ihre kleinen Diskussionen haben, sich da auch noch kleine Lichtzeichen geben. Und wenn wir dann sprechen wollen, halten wir natürlich die Taste, selbst erklären, sprechen und schicken das Ganze ab. So, das Ganze ist auch noch in Farben unterteilt, das ist ganz nett. So hat jeder, wo er vielleicht einen Ansatz findet, wo er sagt, das ist meine Farbe. Und da gibt es dann auch keinen Stress. Und ja, soweit so gut.